Hallo und willkommen bei HardwareRat, hier das Update des 1600 Euro Gaming Computers Mai 2016. Als Prozessor der Intel Core i7 5820K mit 6x3,3 GHz. Er hat einen Turbo von 3,6 GHz, 140 Watt TDP, Hyperthreading, das bedeutet jeder Kerner hat 2 Threads, also ein theoretischer 12-Kerner und er hat einen KM-Namen, was heißt er hat einen freien Multiplikator, also freies Übertakten. Es ist zur Zeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gamer die nächsten 4-6 Jahre locker ausreichen. Falls er denn mal zu schwach wird, dann kann man ihn ja übertakten. Und als CPU-Kühler der BigWide Dark Rock Pro 3. Es ist ein sehr großer und sehr starker CPU-Kühler und mit ihm kann man den Prozessor leise betreiben oder übertakten. Dann als Mainboard das ASRock X99 Extreme 4 mit dem Intel X99 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 8 DDR4 RAM-Bänke, PXA Express 3.0, einen M2-Slot, ein 7.1 Soundchip. Und am I.O. Panel 2x PS2, 4x USB 2, 1x externes SATA, 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 5 3,5mm Klinken sowie ein Tostlink für den Soundchip. Dann als Arbeitsspeicher 16GB von G-Skill. DDR4 2400 und CL15 sind recht flott. Es ist ein Quad-Kit, was heißt man kann ihn in dem Quad-Channel-Modus betreiben und 16GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre erstmal genug. Als SSD die 256GB Adata SP920. Es ist eine sehr schnelle SSD und 256GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als HDD eine 1TB von Western Digital. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1TB sollen für die meisten unter euch locker ausreichen. Und als Grafikkarte die 4GB XFX R9 Nano. Dank der guten Durchlüftung sollte sie ihren Takt durchgehend halten können. Mit ihr sollte man dann so gut wie alle derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Und als Netzteil das 600W BeQuiet Straight Power E10. Es hat 80 Plus Gold, was energiesparend ist. Es hat Kabelmanagement, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht braucht. Und 600W sind für den PC natürlich viel mehr als genug. Man hat also noch Platz zum Aufrüsten. Dann noch ein DVD Brenner von Samsung. Und als Gehäuse das Fractile Design Arc Mighty Air 2. Es ist ein sehr elegantes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten. Außerdem sind zwei Lüfte bereits vorinstalliert. Und natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen und dort auf den jeweiligen Link klicken. Diese führte ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.